Die Steiermark-Schau, die Vielfalt des Lebens, ist die große Ausstellung des Landes Steiermark. Der mobile Pavillon wiederum ist ein ganz entscheidender Bestandteil dieser Steiermark-Schau. Er trägt den Titel Atmosphären, Kunst, Klima, Weltraumforschung und ist damit ganz am Puls der Zeit. Was ist Leben? Wie weit reicht Natur? Wer wollen wir sein als Spezies-Mensch? Ins Weltall hinaus zu denken, das eröffnet das große Bild. Die unvorstellbaren Atmosphären der neu entdeckten Exoplaneten sind faszinierend. Aber zugleich sägt sich dabei auch die Besonderheit der Atmosphäre auf der Erde. Wissenschaft und Kunst bewegen sich beide mit Entdeckungsfreude am Rand des Vorstellbaren. Für die Ausstellung im mobilen Pavillon haben internationale KünstlerInnen und ForscherInnen mit Steiermark-Bezug eng zusammengearbeitet. In einem eigens konzipierten Filmraum werden Videos auf einem 30 Meter langen und 5 Meter hohen Screen gezeigt, der durch seine Krümmung eine Cockpit-Situation herstellt, immersive Bildwelten erzeugt und die BesucherInnen und Besucher auf besondere Weise zu Protagonisten des Gezeigten werden lässt. Und dazu erfahren die BesucherInnen anhand des aktuellen Klimaatlas Steiermark mehr über die menschgemachte Veränderung der Erdatmosphäre und bis sich durch den Klimawandel die vielfältigen Landschaften der Steiermark verändern. Ergänzt wird der Filmraum durch bedruckte, beleuchtete Stälen, die ein eindrucksvolles Foyer bilden und die BesucherInnen in die Inhalte des Filmraums einführen. Die Mobilität des großen Ausstellungsraums wird ergänzt durch eine kompakte Variante, die in den österreichischen Kulturforen in Europa und Übersee gezeigt wird. Und daher darf ich mich auch beim Außenministerium bzw. dessen Abteilung für Auslandskultur für diese exzellente und gelungene Kooperation bedanken. Ein mobile Pavillon ist eine Brücke der Steiermark in die Welt. Das ist eine Brücke der Steiermark.